Nicht gerade überraschend haben die Entwickler die nächsten beiden Sets für The Sims 4 angekündigt, welche bereits demnächst veröffentlicht werden. Was im Pool-Style und moderner Luxus-Pack enthalten sein wird, erfahrt ihr in diesem Video. Nachdem wir schon ein Leak kurz vor der finalen Ankündigung erhalten haben, wurde Tau Frisch die neuen Pool-Style und moderner Luxus-Sets für The Sims 4 angekündigt. Das insgesamt 24. und 25. Pack des Settyps erscheint schon am Donnerstag, den 7. September. Das ist wirklich nicht mehr lange hin. Mit den beiden neuen Inhalten erhalten neue Badeklamotten für Erwachsene und Kinder sowie moderne neue Möbel mit dekadenten Details Einzug ins Spiel. Diese werden wie immer 5 Euro kosten. Beginnen wir mal mit dem neuen Pool-Style-Set, welches knallige Farben, modische Schnitte und verspielte Muster zu bieten hat. Zu diesem haben die Entwickler ebenfalls eine erste Beschreibung geteilt, welche wie folgt lautet. Tauche ein in die Flut aus Mustern, Farben und trendigen Schnitten dieser Kollektion, die den einzigartigen Stil deiner Sims feiert. Ob deine Sims nun im Whirlpool flirten oder am Pool feiern möchten, mit diesen fröhlichen Looks fallen sie garantiert auf. Sims können ihr Pool-Ensemble mit Accessoires zum Thema Wasser, schicken Sonnenbrillen, Regenbogenmänteln, Sandalen, fabelhaften Schwimmhilfen und mehr perfektionieren. Wie man auf den Screenshots erkennen kann, ist es so, dass dieses Pack Schwimmflügel und aufblasbare Ringe fürs Wasser ins Spiel bringen wird. Was ich ein ziemlich cooles Detail finde. Sonst sind die Sachen aber leider ein wenig erwartbar und kamen so aus meiner Sicht schon sehr ähnlich mit dem Wellness-Star-Gameplay-Pack ins Spiel. Weiter mit dem moderner Luxus-Set. Dieses bietet, wie der Name schon vermuten lässt, neue moderne Objekte und elegante Accessoires. Dieses Set ist in Kooperation mit der Simmerin X Uralia entstanden. Ich mag es immer total gerne, wenn EA Spieler aus der Community hier mit einbindet. Auch hier gibt es eine Beschreibung. Mit der eleganten Kunst, der raffinierten Deko und dem gemütlichen Komfort des The Sims 4 moderner Luxus-Sets können deine Sims allen beweisen, dass sie es im Leben zu etwas gebracht haben. Werde kreativ und entwürfe einen stylischen und einladenden Wohnraum voller hochwertiger Objekte. Wie einem als Wandkunst getarnter Fernseher, Designer-Handtaschen, Skulpturen und einem funktionsfähigen Plattenspieler. Mit einem prächtigen Bett mit gepolstertem Kopfteil, einem Frisiertisch, einem flauschigen Teppich und anderen dekadenten Details lässt sich der Abend in vollen Zügen genießen. Als Highlight kann man hier aus meiner Sicht die neuen Kissen bezeichnen, die hoffentlich nicht nur auf die üblichen Oberflächen, sondern vielleicht auch direkt aufs Bett platziert werden können. Trotzdem werde ich den Gedanken nicht los, dass mich diese Objekte sehr an die des Vintage Glamour-Accessoire-Packs erinnern. Was denkt ihr zu den beiden neuen Sets? Welches sagt euch persönlich mehr zu? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video!